Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Transformers Titans Return Video Review hier auf StarBlight.de und heute habe ich für euch als Abschluss der Deluxe Welle 2 den netten Kerl namens Wolfwire. Besser bekannt wahrscheinlich bei Generation 1 Fans unter dem Namen Weird Wolf. Den Namen konnte Hasbro leider aus lizenzrechtlichen Gründen nicht mehr verwenden, deswegen dann halt die Umbenennung und sein Partner Monzo heißt halt jetzt auch Monkso. Irgendwie sowas halt mit X. Und bevor wir uns das Kerlchen angucken, kurzer Blick auf die Sammelkarte. Verpackung, wie gesagt, überspringe ich einfach mal. Wollt ihr die denn noch sehen zukünftig wieder? Dann einfach was in die Kommentare dazu schreiben. Aber im Prinzip ist es ja eigentlich eine bekannte Geschichte. Artwork gefällt mir ganz gut. Bisschen anders gezeichnet als die anderen. Also ich finde hier merkt man sehr gut, dass wahrscheinlich ein anderer Grafiker dran gesessen hat. Dennoch sehr ansehnlich. Auf der Rückseite sehen wir hier, wie gab die Tag Specs. Und hier ist halt Wolfwire Monkso rot und blau. Finde ich soweit eigentlich ganz in Ordnung. So, dann gucken wir uns mal das Kerlchen an. Verwandelt sich offensichtlich in einen Wolf. Sieht auch meines Erachtens sehr, sehr gut aus. Also wir haben hier wirklich sehr viele Details in der Farbgebung. Wir haben hier einen Cockpit für den Titan Master. Den ich hier jetzt mal raushole, uns zu zeigen. Und der sieht leider, wie ich es schon bei der Welle jetzt öfters mal bemängelt habe, sehr einfach gehalten aus. Also hier ist wirklich sehr wenig Detaillierung halt hervorgehoben. Hier hätte man weitaus mehr machen können. Sieht soweit ganz nett aus. Auf der Rückseite sehen wir das Gesicht von Wolfwire. Ja, soweit so gut. Dann kommt hier noch diese Knarre mit, die ich jetzt hier am Bauch befestigt habe. Hier ist nämlich so ein Steckplatz. Kann man hier wunderbar dran befestigen. Oder halt eben auch, wie ihr wollt, hier oder halt hier hinten. Da habt ihr hier so ein bisschen Auswahl, was ich auch mal ganz nett finde. Zudem habt ihr die Möglichkeit natürlich auch den Titan Master hier wieder reinzusetzen. Wie es halt jetzt eben innerhalb der Reihe mittlerweile bekannt sein sollte. So, sieht aus, als würde der in einer riesigen Badewanne sitzen, wo vorne so ein Kanonenlauf dran ist. Und die könnt ihr noch zusätzlich hier oben anbringen. Und finde ich eigentlich eine ziemlich nette Idee. Kann ich so sagen, ja. Und ja, wie gesagt, das Cockpit habe ich euch schon gezeigt. Aber, da gucken wir nochmal kurz rein. Ihr seht, dass halt hier noch sehr viel Platz ist. Wenn wir die Figur halt jetzt hier so reinsetzen, dann ist hier das komplette Teil noch hohl. Das hat aber auch den Hintergrund, dass wir bei der Transformation gleich hier diese Sektion hier reinklappen. Bevor ich euch die Transformation aber zeige, noch ein bisschen auf die Details und Beweglichkeit von WolfWire anzusprechen. Wir haben hier den Kopf auf einem Kugelgelenk. Haben dadurch... Ist doch Kugel, oder? Ne, ist keine Kugel, aber trotzdem ein relativ bewegliches Gelenk. Das heißt, wir haben hier ein bisschen Bewegungsspielraum nach links und rechts. Hoch, runter, naja, minimal. Können aber den Kopf drehen. Was ich auch sehr gelungen finde, ist, dass der Kopf, beziehungsweise das Maul sich öffnen lässt. Und wir halt hier eine sehr schöne Bezahnung haben, die jeden Tierarzt glücklich machen dürfte. Und was ich auch sehr gelungen finde, ist, dass diese Zähne aus so einem transparenten, rosa-lila Plastik sind. Und sich dieses Plastik auch hier durch den Kopf zieht. Und auch hier die Augen. Also das finde ich sehr gelungen. Ich gucke mal, ob ich das ein bisschen beleuchtet kriege besser. Also das sieht wirklich fantastisch aus. Auch sonst haben wir hier sehr viele Farbdetails. Auch hier die Krallen sind so silbertrockengebürstet. Dadurch hebt sich das noch ein bisschen ab. Und auch sonst haben wir hier zum Beispiel ein paar so beige Details. Das Septikon-Logo auf der Brust. Gefällt mir soweit ganz gut. Und der Lampe auch. Naja. Dann haben wir noch als zweite Waffe hier den Schwanz. Den Kaun abziehen. Und hat dann halt hier ein Schwert. Wird hier hinten befestigt. Und ja, die Bewegungsspielraum ist auch im Roboter-Modus, im Tier-Modus sehr gut. Wir haben hier ein Kugelgelenk. Haben hier ein Gelenk im Vorderlauf. Haben hier die Pfoten sind auf Kugelgelenk. Lassen sich auch drehen. Hier hinten haben wir Kugel, doppeltes Gelenk im Bein. Und halt hier auch nochmal ein Kugelgelenk im Fuß. Also für einen Alternativ-Modus eine sehr gute Beweglichkeit. Was aber auch gemäß der Vorgabe eines Wolfes auch, finde ich, wichtig ist. Denn gerade wenn halt ein agiles Tier eben Pate steht für den Alternativ-Modus, dann sollte man da halt auch irgendwo sicherstellen, dass ein Bewegungsspielraum vorhanden ist. Den hat Hasbro hier definitiv berücksichtigt. Das finde ich sehr gelungen. Und dann gucken wir uns mal die Transformation an. Dafür entferne ich halt hier das Teil. Klappe das Cockpit auf. So. Das hier klappe ich mal runter. Und nehme jetzt diese Sektion. Und falte die sozusagen in den Torso rein. Hier sind so zwei Ausschachtungen, links und rechts. Die sind auch hier oben. Damit ihr halt eben das hier problemlos reinfriemeln könnt. Wie so ein Akkordeon halt. Klappen wir runter. Wolfkopf klappen wir nach hinten. Hier die Wolfsohren. Die passen hier wunderbar an diese beiden Lücken rein. Dann strecken wir die Beine ein bisschen durch. Nicht zu feste, sonst habt ihr die Kugel in der Hand. Aber das ist das schöne an Kugelgelenken. Das hat auch schon Beast Wars sehr gut gezeigt, dass man halt hier einfach wieder problemlos zurückstecken kann. Sondern klappen wir hier diese gelben Sektionen runter. Die bilden die Schienbeine. Hier sind Stecker. Hier ist das passende Gegenstück. Und dadurch festigen wir dann diese Platten am Bein. So. So. Füße drehen wir um 180 Grad. Und klappen hier diese gelben Roboterfüße aus. So. Nächster Schritt ist, dass wir die Vorderpfoten drehen. So und so. Und jetzt klappen wir hier diese kleinen Panels auf. Und falten mit ein bisschen Fingernagelgeschick die Roboterhände raus. So. So. Und fertig ist die Transformation in den Roboter. Aber da fehlt natürlich noch was. Denn ein bisschen Kopf sollte immer dabei sein. Deswegen mit einem kurzen Griff verwandeln wir Monkso in den Kopf für Wolfwire. Stecken den drauf. Und fertig ist der nette Kerl von nebenan. Jetzt geben wir ihm noch seine Waffen in die Hand. Damit er das richtig freundlich aussieht. Und ich finde man hat hier wirklich sehr gut den Look des Generation 1 Charakters ins Jahr 2016 verfrachtet. Man hat hier ein wirklich gut durchdachtes Konzept. Man hat eine relativ einfache Transformation, aber die dennoch effektiv ist in meinen Augen. Man hat ein bisschen was zu tun. Die Transformation ist natürlich im Vergleich zu zum Beispiel Mindwipe ein bisschen einfacher auch. Aber es ist halt eben auch der Vorlage geschuldet. Denn ich finde Roboter, die halt eben dieses Prinzip von vierbeinigen Tieren mit Statur von Wolf oder Katze oder sowas halt haben. Dort ist es halt immer so ein ungeschriebenes Gesetz, dass halt eben die Vorderläufe zu Armen werden und die Hinterläufe zu Beinen des Roboters. Und das hat man natürlich auch hier so umgesetzt. Aber wie ich finde relativ in Ordnung. Das ist nun mal, das hat man ja auch bei vielen Transformationen, die sich in Autos verwandeln, dass eben Motorhaube wird zur Brust und sowas halt. Diese typischen Schemata, die halt immer wieder Verwendung finden. In dem Kontext finde ich es in Ordnung. Ist halt nur wenig überraschend. Aber nun gut, das ist Meckern auf hohem Niveau. Denn die Figur ist meines Erachtens sehr, sehr gut umgesetzt. Wirkt sehr, ja, wie soll ich sagen, streamlined, sehr windschnittig und auch sehr beweglich. Wir haben hier wirklich kaum Kibbel, der irgendwie bei der Bewegung stört. Der Kopf des Wolfs sitzt hier hinten wunderbar drauf. Wirkt nicht zu, zu stark nach auffälligem Rucksack. Und die Bewegung hier ist wirklich fantastisch. Wir haben durch die Titan Master Geschichte, haben wir halt hier natürlich einen beweglichen Kopf. Die lassen den Kopf hier ein bisschen rotieren. Ja, so ein bisschen Kugelspielraum ist auch möglich. Aber weniger als bei anderen Titans Return Figuren würde ich fast sagen. Dann haben wir hier in der Schulter ein Kugelgelenk. Haben hier auch noch ein bisschen Bewegung nach innen und außen. Rotation hier. Ellenbogengelenk mit, na, ganz, 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 ganz knapp 90 Grad. Dann Taillenrotation. Ein bisschen eingeschränkt durch hier diese, durch diese Platte hier. Aber dafür haben wir gute Beweglichkeit in den Beinen. Füße sind auch wunderbar. Ein bisschen links, rechts. Jetzt, also da kann ich mich absolut nicht beklagen. Nett wäre noch gewesen vielleicht, wenn die Hände hätten rotieren können. Aber das ist jetzt so definitiv in Ordnung. Was auch noch möglich ist, ist, dass man hier diese Klappe öffnen kann. Hat so in dem Sinne keinen größeren Zweck. Also bei Generation One, Weird Wolf war es so, dass dann halt hier hinter die Tagsbacks versteckt waren. Ähm, hier dient es eher dazu, dass man halt bei der Rückverwandlung in den Wolf-Modus, ähm, etwas einfacher diese Sektionen hier wieder rausfalten kann. Das ist so wirklich so der einzige Zweck, dem das hier, glaube ich, wirklich so 100% dienen kann. Ähm, sonst aber wirklich eine sehr schicke Figur. Ähm, Farbsthema passt wunderbar, wie ich finde. Der Kopf ist, ähm, hat definitiv viel Wiedererkennungswert zum Generation One Charakter, aber wirkt sehr modernisiert. Ähm, ein bisschen schlanker, ein bisschen, ähm, rundlicher. Ähm, Generation One war halt sehr blockig und, ähm, das hat man sehr gut, äh, umgesetzt, wie ich finde. Dass man halt hier einen Headmaster hat, sozusagen, aber ein trotzdem modernes Gesicht. Von daher keine großen Beschwerden meinerseits. Ist eine sehr gute Figur, ähm, die mich jetzt wenig überrascht. Aber dennoch halt ihren Job wirklich gut macht. Und, ähm, jetzt habe ich hier noch einen Vergleich zu seinen beiden Kollegen Skullcruncher, Skullsmasher. Ich weiß gar nicht mehr, welches der Original Generation One Name war. Müsste ich jetzt hier mal auf die Verpackung gucken, die hier ein Meter neben mir liegt. Und Mindwipe, der aber trotzdem noch so heißt wie in Generation One-Zeiten. Da hat Hasbro sich ja auch so ein bisschen bemüht, äh, die Namensreiche zu behalten, könnte man meinen. So. Und die drei Jungs hier bilden sozusagen das Gegenstück zu den vier Autobot Headmastern. Chromedome, Highbro, ähm, Brainstorm und, ähm, na, wie heißt er jetzt? Hardhead, genau. Ja, kurzer Aussetzer, ähm, Gedankenschluck auf. Ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Team. Und jetzt noch als kleines Bonusschmankerl noch ein kurzer Vergleich mit den Köpfen aus der ersten Titanmaster-Welle. Da habe ich jetzt zum Beispiel hier den Kopf von Loudmouth, sieht gar nicht so schlecht aus, wenn der Fokus mitspielt. Dann hier mal mit dem Kopf von Terrible, ne, das ist ein bisschen zu groß. Dann hier der Kopf von Nightbeat. Und das hat irgendwie was. Also es ist zwar ein unterschiedlicher Blauton, aber das Gelb ist auch nicht der gleiche Ton, aber trotzdem passt es irgendwie. Hm, hätte ich nicht dran gedacht. Und jetzt dann noch hier Crash Bash. Äh, passt leider so gar nicht, aber... Ich liebe einfach dieses Feature, dass man halt hier wirklich so viele Möglichkeiten hat, äh, eine Figur zu personifizieren und, äh, also wirklich absolut großartig. Ähm, ja, tolle Figur. Und wenn ihr sie kaufen wollt, schaut bei unserem Partner Actionfiguren24 vorbei. Den Link, 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 findet ihr unten in der Video-Info. Und, ähm, ja, sonst würde ich mich freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lasst, äh, wenn ihr mal in die anderen Videos reinschaut. Und natürlich auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch was, bis dann.